Willkommen zurück zu Pixel Junk, Shooter Ultimate, ja und eventuell Final-Folge. Wie oft habe ich das jetzt schon erwähnt, dass es Final-Folge ist. Aber jetzt definitiv gehe ich davon aus, dass es die Final-Folge ist. Denn, ähm, das ist glaube ich das vorletzte, ich glaube vorletzte ist es, vor dem, äh, Bosskampf. Vorletzte oder letzte vor dem Bosskampf-Level. Müsste es sein. Und ich habe mich in den letzten Folgen sowas von aufgeregt, ich musste erstmal runterfahren. Ich hoffe, ihr versteht das. So. Ich weiß, warum ich letztens gestorben bin, da ist Wasser und Wasser schadet uns mit dem Anzug. Oder mit dem Umkehranzug. Stimmt ja, da war ja was. Ah, da kam er noch nicht lang, genau. So. Ich habe eine Nachricht bekommen. Die werde ich aber nicht jetzt lesen. Wasser schadet uns. Ja, da ist zum Beispiel Wasser. Da ist ein Magnet gewesen. Ähm, Magnet. Sag ich schon, ein Diamant. Magnet-Level war cool. Muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Na. War eins meiner Lieblings-Level. Und habe ich sehr, sehr gerne gespielt. So. Ah, da ist ein Lämpchen. Das müssen wir wahrscheinlich mitnehmen. Um uns da in der Mitte so ein bisschen fortzubewegen. Ah, aber da sehe ich schon. Da ist ein... Ah. Na, jetzt kann ich das nicht mehr aufnehmen. Na, toll. So. Na. Hallo. So. Komm mit, liebe Lampe. Ich muss dich mal mitnehmen. Ich muss dich mal entführen. Oh ne, das glaube ich ja jetzt nicht, oder? Ja. Wah, 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 wah. Nein, 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 nein. Kann das sein, dass das so funktioniert? Funktioniert das so? Tatsächlich. Der ist echt gestorben, der eine. Das hat man gar nicht mitgekriegt. Aber der steht da noch. Nur der winkt nicht mehr. Oh, oh, oh. Wasser ist unser Feind. Ich sehe es schon wieder. Ich sehe es schon wieder bildlich vor meinen Augen, wie ich jetzt gleich hier abkacke. Ja, ich sehe es schon wieder. Kann ich auch mal aufhören da oben. Der hat wahrscheinlich nicht unendlich Munition, ne? Wow. Hä, wieso ist er noch nicht tot? Hallo? Ich habe den tot gemacht. Aber jetzt. Jetzt ist er tot. Oh, oh, nein. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh, kurz vor Ende. Oh, das ist so ärgerlich jetzt wieder, ey. Das gibt es nicht. Das ist wieder sowas von ärgerlich. Kurz vor Ende bin ich schon wieder gestorben in diesem scheißverkackten Drecks... Mann. Dreckslevel. Schistenverein. Jetzt muss ich hier echt, ey. Mann, ey. Jetzt will das Spiel mich echt auf die Palme bringen, ey. In den letzten paar Metern. Das gibt es ja gar nicht. Meine Güte. Das hat ja einen Wahnsinn. So, also nochmal von vorne. Weil wir schon einmal hier sind. So, wo ist das? Die Lava, das Spahn, ey. Ach komm. Was weg ist, ist weg. So. Also, ah, da kann man ja noch nicht langen. Stimmt ja. Das war ja was. So. Meine Güte ist jetzt hier eine Menge Action. Also, das ist so das letzte Level jetzt hier so extrem ausartet. Hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Wenn es das letzte Level ist. So, ich probiere das Ganze nochmal mit der Lava hier hochschießen. Ja, okay. Jetzt ist er gestorben. Man hat's gesehen. Und gehört. Und da fällt er auch gerade runter. Aber er ist anscheinend... Den kriegt man gar nicht. Der ist anscheinend schon von vornherein schon irgendwie tot. Warum, wie auch immer, weiß ich nicht. Ach nein. Jetzt lass ich auch noch die Lampe da fallen. Mann, Mann, Mann. So, jetzt aber. Jetzt dürfen wir nach Hause. Jetzt dürfen wir nach Hause. Auf uns wartet natürlich... Ist er hier irgendwie ein Bonuslevel? Und das Raum? Nein. Auf uns warten nur zwei Wasserfontänen. Und ein... noch ein stinknormaler... Ach, das ist aber echt fies, ey, mit dem Wasser jetzt. So. Er fängt doch sofort an... sofort an zu sprühen. We're gonna call. Ghostbusters! Didi-di-di-di-di-di-di-di-di. So. Was hätten wir? Ab geht's. Ab geht's. Auf geht's. Drei Tage. Ich hoffe, ich verletze jetzt keine Urheberrechte. Dadurch, dass ich den Song gesungen habe. Und wo geht's da lang? Kann man das meiner verraten? Ah, ja, nee, ist klar. Unser Freund, der Magma-Spucker ist wieder on Tour. Wie hab ich den vermisst? Wie hab ich ihn vermisst? Wo müssen wir denn... Oah, wo müssen wir denn langen? Ja. Ja, super. Oah, wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Oh, man, wie ich dieses hasse, das... Boah. Überlebenskünstler, sag ich nur. Naja. Und ob wir das so schaffen werden, ist noch eine andere Sache. Uah. Höh. So, was kriegen wir für einen Anzug? Schauen wir mal. Lichtanzug. Ja, endlich. Meine Güte. Können wir uns wenigstens selber frei bewegen hier. Ah, da ist ein Schalter. Ein Sch-Sch-Schalter. Mal gucken, wofür der Schalter ist. Für die Lava wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Ich werde mich trotzdem hier mal eben umsehen. Bonusraum. Nein, kein Bonusraum. Da oben wartet noch jemand auf uns. Von hier kamen wir, ne? Genau. Von hier sind wir gekommen. Da unten ist noch ein Schutzschild, habe ich gesehen. Das konnten wir ja vorhin nicht aufnehmen. Das können wir immer noch nicht aufnehmen. Achso, wir haben ja schon ein Schutzschild. Ja, ja. Das krass. Ja, ja. Reflex ist nicht ganz da. Ja, ja. So. Ähm. Haben wir jetzt damit die Lava? Achso, wir haben die Lava damit abfließen lassen. Ah, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich es auch. So. Wo kommen wir jetzt hier hin? Oh, ich habe schon gesehen, wer da unten wieder auf uns wartet. Aber den möchte ich noch mitnehmen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist denn hier noch einer, der, der noch nicht gerettet worden ist? Ist hier noch da oben? Hä, wo soll der denn sein? Was ist denn hier? Jetzt kommt schon wieder Magensäure. Habe ich das richtig gerade gesehen? Auch, geht mir doch nicht auf den Senkel. Aber da waren... Ach, da oben. Ach, da. Ach, da bist du, Herr Kollege. Schön, dass du auch mal da bist. Super. Ich freue mich. Ja. Und das Schutzschild. Was denn jetzt? Nein! What the fuck? Hallo? 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 Ist das schon der Endgegner? Hallo? Oh mein Gott, was war das? Ist das schon die Vorbereitung auf das, was uns gleich erwartet? Ich vermute mal. Ja, hier gibt es nur einen. Oha. Ja, 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 ja. Ich sehe überhaupt nicht, was alles so wackelt ist. Hallo? 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 Hallo, ich sehe nichts. Mr. Pooh, der Forscher Mr. Pooh, du hast mich aus einer ganz schön schwierigen Lage befreit. Ich spüre die Wut der Zivilisation anschwillt. Ich habe noch nie zuvor etwas wie dieses Beben gespürt. Das kann nur eins bedeuten, dieser Planet wird bald in die Luft fliegen. Oh Gott, Mr. Pooh, musstest du mir das sagen? Jetzt bekommen wir unseren Lichtanzug und hier ist irgendwo ein, oder zumindest war hier ein Diamant. Oder den werden wir noch mal eben, den werden wir noch mal eben, ah da ist er. Haha, war ja gar nicht so weit weg. Willkommen zum finalen Bosskampf. Yes, ist es vielleicht Terra Nummer 2, wie ich es schon vermutet hatte? Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, man kann die Augen abschießen, so wie es ausschaut. Und man sollte das wahrscheinlich auch tun. Weil die sonst einen verfolgen werden. Wo muss ich denn lang? Oh, da ist ein größeres Auge. Ah! Ah, wenn wir die nicht angucken. Ah, alles klar. Das ist so ein bisschen wie bei... Sag ich ja, wie bei Luigi's Mansion. Wir müssen wahrscheinlich das größere Auge immer finden und immer treffen, ne? Kann das sein? Ja! Ah, wo will es hin? Hallo? Wichter der Tiefe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das für ein Ding? Und was müssen wir schießen? Der wird, glaube ich, nicht einfach. Der Gegner? Ich glaube, der Gegner wird nicht einfach. Naja, aber immerhin haben wir... Ja, kühl dich mal ab so ein bisschen, genau. Oh, da hat er schon ein... Ein Bein hat er schon verloren. Ja, super. Was war denn das? Was war denn das? Ach, jetzt kommt schon wieder die Aktion hier. Können wir schon wieder das Auge finden. Ja! 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 ja so Wächter der Tiefe kommt zu mir denn ich miefe so ähm ja müssen wir natürlich höllig aufpassen auf dieses schwarze die schwarzen Gedönsdinger da die scheinen ja doch Instant Kill mäßig zu sein dann wow gibt's denn hier noch irgendwie die Möglichkeit irgendwie noch einen Schutzschild zu bekommen oder sowas ja jetzt müssen wir auffassen der schießt sofort ne jetzt fängt er wieder an der Ventilator herzlich willkommen zum Ventilator Simulator schön dass ihr eingeschaltet habt ich grüße euch Ventilator Simulator 2010 aber jetzt muss man wieder aufpassen dann kommen wir die schwarzen Wolken die uns ans Leder wollen uh uh jetzt hat er nur noch einen Ventilator ja da ist schlecht für dich ne das ist ganz schlecht für dich oh nein oh nein oh nein jetzt geht das schon wieder los oh mein Gott 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 wir müssen das große Auge finden wo ist das große Auge da ist es hallo wir schießen es so ein bisschen so Vogel der Nacht fliegt hinauf bis zum Mond hätte er auch jetzt schmeißt er schon mit Steinen weil er keine Arme mehr hat was jetzt was muss ich jetzt machen ach so okay ah ja ah ja hallo sport mal hier die Blume ah alles klar ja ja schon kapisch der hat aber auch wirklich alles ne alles parat ey ob das jetzt Magnet ist oder wo ist die Blume okay das muss ein bisschen vielleicht müssen wir da ein bisschen abwarten ein bisschen timen das ganze oh jetzt wird aber glaube ich stinkig ne ja jetzt wird er glaube ich stinkig oh ja jetzt hat er Lava jetzt macht er eine Lava-Wand ach du Kacke ach du Kacke ach du Kacke ach du Kacke ach du Scheiße ja das ist nicht gut das ist gar nicht gut das ist das ist überhaupt nicht gut das ist irgendwie ne oh Mann Vogel der Nacht flieg hinauf bis zum Mond Vogel der Nacht flieg dorthin wo keiner wohnt hohohohohoho hohohoho ich brauche ne oh nein 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 flieg nein jetzt muss ich das wieder von vorne machen das ist so ärgerlich dass man komplett von vorne anfangen muss das so nervig ist das das gibt es gar nicht warum kann man da nicht dann irgendwie so einen Speicherpunkt haben Mann ey wenn man da einmal stirbt Mann lass los ja komm jetzt kommt wieder ey das gibt es nicht dass man da wie gesagt komplett von vorne anfangen muss das ist so ärgerlich naja also wir wissen Bescheid konzentrieren hilft ja nächstes Rumgejammer kleiner Ventilator du ich mach dich alle ja heute hat er schon mal einen Arm verloren das ist schon mal sehr sehr gut jetzt fängt er sich wieder an zu drehen ne ja das kannst du ganz toll kannst du das so so was verstand jetzt nochmal auf dem Programm ach ja stimmt jetzt kommen ja die Steine glaube ich schon ne das ist nicht so aber wenn es schon mal ein Schutzschild zur Sicherheit schon mal Vorsichtshilber was soll jetzt nochmal ach ja 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 Wo ist das Schutzschild hin? Ist das noch unten? Sehr schön. Oh, Gott sei Dank. Huh. Unten ist auch eine... Unten ist auch eine Wasserblase. Oh, da ist doch Wasser. Kühl dich doch ab. Gott sei Dank. Mein Gott, ist das ein Stress jetzt hier, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh, oh, oh. Und ich hab die Wasserpflanze grad verbraucht. Hallo, Wasserpflanze? Oh, je, 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 je. Das läuft grad nicht sehr prickelnd hier. Das läuft überhaupt nicht prickelnd. Läuft ganz und gar nicht. Nicht so, wie ich mir das vorstelle, läuft das hier. Mann. Komm her. Oh, nein. Hallo? Hallo? Hallo, Wasserpflanze? Wasserpflanze? Nein! Oh, Mann. Ach, Leute, ey. Das ist so ätzend jetzt gerade mal. Das gibt's gar nicht. Das kann man gar nicht beschreiben. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. In Forte fassen. Mann, stirb. So. Kleiner Furz. Mann. Ah, quasi, ich komm raus da. Aus deinem Drecksloch. Geh weg. Geh weg, du stinkst. Hatte schon mal einer gesagt, dass eine Mami stinkt? Nein, dann ist gut doch mal Zeit jetzt hier, ey. So, wo war der jetzt? Da ist er. Ah, lass mich los. Vogel der Nacht, flieg ihn auf bis zum Mond. Ja, ja. Meine Güte. Meine Güte. Schutzschild. Wo ist das Schutzschild? Das verdammte Schutzschild. Das war doch... Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Glaub mir. Jetzt mach ich dich fertig. Jetzt mach ich dich fertig. Jetzt mach ich dich alle. So alle, wie dich noch nie einer gemacht hat. Komm her. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Irgendwann muss der auch mal sterben, da. So. Ah, natürlich. Wah. 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 Ja, sicher. Was ist das denn? Ey, das... Warum soll ich mich weiter aufregen? Ich würde sagen, wir verschieben das Ganze einfach in einer weiteren Folge. Also, macht's gut. Tschüss.